Ich hätte gerne einen Käse-Schinken-Bagget zu mitnehmen und lassen Sie die Gurken weg. Ich comprends pas, Monsieur. Pourquoi les Amerikaner font toujours comme si dans les autres pays fallait que tout le monde parle en langue? Soyez un peu moins arrogant, hein? Danke sehr. Wenn man Glück hat, trifft man jemanden, der all die Liebe haben will, die man geben kann. Jetzt sprich mir bitte nach. Je fahre. Je t'aime. Und wenn man diesen Menschen verliert, denkt man, alles andere müsste ebenfalls enden. Ça va, Monsieur? Möchten Sie, dass ich Sie nach Hause begleite? Es ist nicht weit. Ich bin Lehrerin. Ich auch. Was unterrichten Sie? Philosophie. Und Sie? Cha-Cha. Ihre Haare erinnern mich an die meiner Frau. Ich hoffe, Sie mögen Ihre Frau. Sehr sogar. Sie ist gestorben. Vor drei Jahren, zwei Monaten und elf Tagen. Was willst du von meinem Dad? Wir sind befreundet. Er hat mir kein Wort von dir erzählt. Er hat mir von dir auch kein Wort erzählt. Ich dachte, dass du niemanden hast, so wie ich auch niemanden habe. Ich bin ein lausiger Vater. Ich will, dass du aufhörst, so zu tun, als seist du der Einzige, der sie verloren hat. Es ist ein Riss in allen Dingen. So kommt das Licht herein. Du bist der Riss in meiner Welt.